Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen League of Legends Games, wie auch mein Kanal. Heute mal wieder mit einem Normal-Game. Mit dabei habe ich auch ein paar Viewer, unter anderem den Crazyworks und die anderen können sich auch mal selbst vorstellen. Hi. Hi. Na gut, ihr könntet auch noch euren Namen dazu sagen, das wäre wahrscheinlich nicht mal so schlecht. Also ich möchte meine Mutter grüßen, meine Oma, meine Schwester, mein... Und? Erstmal rausschneiden. Oh, Mann. Also ich habe zum einen hier den Tin Yuzi dabei, der war auch beim letzten Game Day dabei. Und zum anderen noch den Blade, The Blade Killer dabei. Ich weiß gar nicht, wie du ein echt Leben heißt. Wie heißt du denn, wenn man fragen darf? Ich bin Nick. Der Nick. Ein amerikanischer Name. Ich lieb da mal. Okay, tschüss. Kennt ihr die Werbung von Mediamarkt? Welche? Mit Nick? Technik? Achso. Ja, wer kennt die nicht? Ah. So simpel und doch so fiktiv. Wo klartest du? Unten. Ich habe nur gewollt. Eigentlich sollte ja da jemand stehen, um meinen Bubar zu defenden, aber... Mach ich ja. Das wird anscheinend hier überbewertet. Kein Problem. Ich hilf da einfach. Mach das. Wisst ihr was? Jetzt habe ich einen 30-Apping die ganze Zeit. Also wenn ich das mal in den Abo-Games hätte. Das wäre schön. Das wäre echt schön. Ich werde 24-Apping. Das ist wunderbar. Aber ab 30, so ab 20 Max glaube ich kein Unterschied mehr. Glaube ich jedenfalls. Oh Gott. Mit deinem wiederum habe ich noch neben 4er gespielt. Ich habe 88 AD. 88 AD. Und dann hast du noch mehr? Ja. Die macht auch 20 bis 88. Schade. Ich werde atone. Fangen wir einfach mal mit dem Q an. Ganz normal. Unsere Bottom ist auch im Tryharden. Ich bin an Bord. Alter, der Ezreal ist da hier mit 5, Alter. Oh, das geht doch immer. Nullu, Mann. 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 Aw, Mann. Oh, das hier zu sein. Nullu, Mann. Aber der hat schon Ahnung von dem Spiel, kann man nicht abführen, also kann man nicht wirklich sagen, dass das nicht, dass man nicht Ahnung hätte, wie mein Master ist, aber trotzdem, sich so aufzuführen ist auch nicht gut, verstehe ich, um ehrlich zu sein, ich habe mich auch gepostet auf Facebook und auf Facebook, da habe ich einen Screenshot reingeschickt, glaube ich, auf Facebook, ich habe auch beide, glaube ich, gemacht. Was ist denn der Set für eine Elo? Ich glaube, der war Silber. Ja, okay, ich denke manchmal, ich werde die Board-Timme campen, dann wiederum ist es eine ekelhafte Lane mit Lulu und S-Rail, die kann ich schwer ganken. Ja, wir müssen die einfach vor 6 nochmal ganken, weil dann mit der Lulu und der FE ist schwierig. Ich meine eher wegen dem E von... Und dem Slow von der Lulu. Ja, aber wenn der schon Diamant ist, dann denke ich mal, der weiß schon in etwa, was er tut. Ich werde auch passen wegen Top-Lane-Gank, ne? Ja. Der kommt sicherlich gleich an, ich bin nämlich auch durch. Ja. Ja, sag nicht, ich bin tot, du bist tot. Wissen wir, wo die gestartet hat? Ich würde sagen, ich gebe jetzt den Ryze Top-Lane in First Blood, dann ist es fair. Was meint ihr, Leute? Erst bei Top-Lane? Ich bin auch so. Ich komme an die Mitte, glaube ich. Obwohl... Bottom. Bottom. Na, nicht poken lassen. Ich werde auf jeden Fall einen vernünftigen Gang setzen. Am besten fokussen wir den M von Richthofen. Oder haben die geflasht? Mhm. Wer hat geflasht? Hallo? Wer hat geflasht? Hat keiner geflasht, okay. Du hast aber so mhm gesagt. Ja, das auch. Hol sie dir, hol sie dir. Nein. Okay. Gut, alles verfehlt, was man verfehlen kann. Ja, auch. Aber gut. Kein Fressen in der Mitte. Ja, gut. Und... Da ist Ichu. Hinter dir. Ich komme, ich komme, komm entgegen. Komm entgegen. Aha. Oh mein Gott! Flash! Wow! Ich bin in den Tower reingelaufen, das war nicht beplant. Er hat, glaube ich, Fastball bekommen, ja. Ja. Ja, ja, hat er. Ja, das hat grad nicht aufgepasst, ne? Von der kurzen Zeit. Nee, ja. Ich hab gedacht, es kommt noch den Outfit auf die Setsuani-Torfer. Ah ja, passiert. Dieser Platidspieler. Ist spät. Mega. Es ist spät. Es ist elf, es ist spät. Ja, und wenn man bestand, bis man schon weg war? Ich will ihn gleich holen. Warte. Bist du dann auch... Wann bist du weggegangen? Ja, das bin ich nach Hause gekommen. Und dann bist du auch erst vorhin weggegangen. Ja. Cool, ich bin heute um 6 Uhr morgens weggegangen. Und jetzt? Ich auch. Ja, die hat mir sogar noch auf Twitter geantwortet um 5 Uhr morgens. Das fand ich am besten. Ich komm nochmal an Bord, Tim. Ja, wir sind wirklich im Team. Na ja, schau. Ich merk's. Ah, der Astro ist auch nicht so. Kannst du nur reingestammeln? Nein, oder? Zwei Flashes für meinen Flash. Ey, Leute, ihr tankt nicht den ganzen Damage. Nein. Wie geht das? Ich wollte eigentlich nur den Flash rausbaten für den Kerl. Beide haben geflasht, ne? Ja, beide. Einen Flash für zwei. Vollkommen rough. Jetzt habe ich sogar nochmal einen Sidestone fertig. Der macht keinen Damage. Aber auch ich meine beiden draußen. Okay, der Ryze teleportiert sich an einen Manion und nicht an den Tower. Was war der nochmal von Edo? Bronze. Na gut. Ey, was willst du mitbekommen? Kann ich noch schnell die Golems machen und den Map lassen? Ja, ich bin ja sicher. Der wäre ja keine Rück mehr. Nein, dann flusche ich raus. Ja komm, der ist Silver. Ja, man flutsche mir aber. Ich habe richtig den Flash. Top-Land auch nicht fällt. Ryze hat keinen Flash mehr. Der holt den gleich, ne? Na ja, voll sinds. Der holt den gleich, ne? Geh mal lieber back. Geh back, du Schirren. Hättest eigentlich schon back gehen sollen, als die backgegangen sind. Wenn ich hier bleibe. Weiß nicht, ob ich das schon mal gut sehe. Ne, lieber nicht. Na, den will ich eigentlich auch ruhig. Mal zu dem Ding leben. Na, das habe ich zu viel gefressen. Okay, die pushen mich jetzt. Geil. Äh, Board-Land können wir gleich nochmal versuchen. Ich glaube, wir versuchen das einfach so auf, dass die... Ähm. Ich komm bitte. Vielleicht kommt die Minute 11 wieder. Ne, ich habe keinen Mana. Okay, dann nicht. Dann ruhig mir auch schnell Level 6. Okay. Set hast du noch einen Genend, ne? Ja, voll Set, ne? Aber er hat keine Ult mehr, ne? Er hat keine Ult. Wenn er so ist, wie ich, mit 15% Cooler Reduction, dann ist es schon relativ problematisch. Ein voll Set hat halt kein Mana, kann halt immer spammen, ne? Aus jedem Grund spiele ich den Champion. Das war unnötig. Ah, okay. Kommt die. Abkommst du halt Edel schon mit Buff gekauft. Ja, ist egal. Ne, ich würde das jetzt mit Edel geworden jetzt nicht bekommen hättest. Ich hole jetzt mal meine 5er Boots. Und dann noch ein paar Healpots. Eigentlich würde ich mir normalerweise ein paar mehr Wards kaufen, aber dann wiederum nicht. Aber die will gleich locker hier den Ward machen. Lass mich ja schnell nach dem, ähm, Debut-Waffe Adria machen, dann komm ich bottom. Okay. Aber dann muss ich bei allen gehen. In einem in Orte haben wir noch nie Flasch wieder. Ne, zwei Minuten, ja, ist recht. So will ich. Komm. Am besten ohne, dass ich smalten muss. Ja, der ist durch die Page aber auch. Ja, Reiser ist weg. Gut. Ich soll jetzt aber kein Problem mehr haben, vorerst. Das ist nochmal Bluboff, da hat man mit Lux kein Problem. Ich will das erstmal, bottom, komm, der hat da gewardet. Waste noch eine Minute. Komm auch mit Bot, ne. Also in einem Wort habe ich da gecreate, aber dann wurde mein Punkt zählt. Ich werde das nicht da lang gehen. Außenrum. Ne? Ja, wahrscheinlich haben die im River nicht gewardet, oder? Ne, im River haben sie auch nicht. Ne. Ich werde sofort den erstmal kicken. Aber ich würde Lulu sogar töten. Ja, das ist bloß ja noch. Ach, Gatsch. Weisert schon. Trainer kann das. Oh nein, nein. Voll nach. Nice. Du hast in meinen Q reingekickt, ne? War nicht mal geplant von dir. Wer weiß. So, prüfen wir jetzt schnell aus. Wollen wir Tower machen? Wollen wir machen? Wollen wir machen. Weisert mal Hilfe. Na, komm so weit. Bryce ist echt scheiße. Ich will poken. Ja, warte. Ich will nicht schwenken. Da kommt doch überhaupt nicht dran. Na eben. Oh, hautiert der dich vielleicht sogar? Versuch mal, geh mal ganz offensichtlich gerade an. So richtig offensichtlich, richtig dumm retardet. Wir müssen noch einen Schatten auch hinlaufen. Ja, ja, machen wir. Ja, er ist geflasht. Hättens sogar alleine bekommen, wenn er nicht geflasht hätte. Ja, aber ich glaube er ist wegen mir geflasht. Jaja, klar. Nein, alleine auf dem Fahrrad. Alter, dieser Schaden einfach. Was ist das? Dieser Scheiß. Du sollst vielleicht auf jeden Fall, kauft die nicht so spishy, kauft die Armeis. Oh mein Gott. Fuck, Alter, liebe Schaden. Wird man hängst gegen oder so was? Ja, ich will... Ich will gerade erst mal Magic... Spill-Visage. Wie wär's mal, wenn du woskaufst, Adrian? Nee, kann nicht woskauf. Ich war ein Gefühl zu aggressiv, um mir davon rumzuschieben. Ich hatte gerade einen vollen Wartner, bevor die Kutz gekommen ist. Ja, der Pusht, das war die mit auf meiner Lange. Wie lange sind gepusht. Hey, ich try-harde doch jetzt nicht sonst. Hast du Teleport? Ich hab keinen Teleport. Ach, schade. Alter. Ich hab eigentlich nur Lux gepickt, weil sie lustig ist, wenn du mit Old Snipen kannst. Boah, Alter. Ja, ist hier drinnen. Wohl. Nee, ist er nicht. Alter, die da sind nicht. Okay. Die hat mich gesehen. Der Nope-Jungle. Die Scuttle ist weg, oder? Nee. Die wurde noch nicht gemacht. Ja, die Lülle kommt gleich, ne? Ich komme? Alter, schon. Kommt weg, kommt weg. Alter, wie schlecht bin ich eigentlich? Das ist aber richtig gut für mich auf dem Sheldsand. Der ist trotzdem tot. Es läuft keine Ult mehr. Boah. Dann hat die noch Ult, ey. Da, wir hatten die. Bitte, die auch noch, wird keine Ult mehr. Ich hab keinen W. Nein, 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 nein. Ein Block auf 2. Äh, Lee, Mitte, äh, Button ist Weaker, ne? Ja, Mitte auch. Die kämpft mich bis jetzt vorne. Ich hasse dich, und ich hab richtig gefailt gerade eben. Es war ekelerregend. Willst du einfach nicht kicken? Ich hätte nicht kicken sollen, ja. Ich komme, Bot, Tim. Ich habe aber keine Ulti, ne? Da ist eine Ward gewesen. Nee, es kommen überall. Da war eine Ward. Ihr Pink. Und mein Red Buff ist ab. Du wirst eine Minute ab. Von daher, ich geh erstmal meinen Buff machen. Ich bin nochmal auf der Top, ey. Ich komm. Eigentlich solltest du locker gegen diesen Bronzespieler gewinnen können. Ja, aber gegen so viel Poke, dass du fukierst. Du spielst einfach komplett falsch. Das ist halt ein Problem für dir. Alter, ich spiel nicht falsch. Geh drauf, setz hier noch was oder hin. Du musst eigentlich... Reifen an mit Ult. Geh drauf, geht drauf. Ult hat keinen Mana. Der hat keinen Mana. Der hat keinen Mana. Du fukierst. Jetzt gewinnst du sogar im Alleingang wahrscheinlich gegen ihn. Boah, der flasht. Und das hat so eine Scheiß-Cast. Krass Teil. Oh nein. Oh, siehst du denn? Kein Mana. Also ich hätte von Anfang an ein bisschen mehr Magie, das ist uns gestackt. Von Anfang an nicht so erst. Und jetzt klaut er mir eine Farm. Da ist der. Geh weg da. Schau auf die Map. Ich flash-Ult. Hallo, geh rum weg. Ja, schau auf die Map. So. Achso. Hallo. Du bist tot. Komm zu mir, ich kann dich schilden. Hast du? Hallo? Ich komme, ich komme. Komm, 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 komm. Komm mal her. Bette, Bette, Bette. 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 Noch Bette? Okay, nehm. Okay, nehm. Okay, nehm. Okay, nehm. Okay, nehm. Okay, nehm. Töten, töten, töten. Hallo. Kannst du ihn kriegen? Ich hab keinen Mana. Wow. Ich hab keinen Mana. Wow. Das ist nicht perfekt. Seatuber auch noch da? Ich hab's gar gemerkt. Ja, die hat mich ja getowered. Hey, wo kam denn die her? Die kamen hier. Die kamen von hier. Stardinks, glaub ich an, getowered. Lol. Ich hab keinen Mana mehr gegen den Scheiß. Du warst ehrlich, ich hab' den gekonnt. Echt? Du warst keinen Mana mehr. So wie er vorher. Nee, ist halt schon. Weil der Blubuff ist halt noch aufnacht. Aber ich hab' nicht gemacht. Ja, okay. Ja, und ich seid da auch sofort hingegangen. Daher bin ich auch noch. Ich hab' euch sofort nachgelaufen. Nee, war ja gut gemacht. Wir waren nur ein bisschen zu lang. Ja. Am besten hat der Z halt keine Kills. Ja, okay, zwei. Haben die unseren Blubuff gemacht? Ist die Frage der Verhalten? Nee. Wir müssen irgendwann mal, äh... Ja, Drake. Ich komm' nicht dazu irgendwie. Und der Racer, der hat keinen Taterpot, ne? Ja, da müssen wir den eigentlich jetzt, ähm... den Müssen machen. Komm her. Genau. Ich weiß mir, du hast noch T-Päden. Ich hab' keinen T-Päden, ne? Lol. Nimm ihn. Also, bei mir bringt's nicht so viel, wenn ich die ganzen Kills nehme. Ja, ich hab' gar keinen bekommen. Du hast ihn gerade bekommen, oder? NICHT! 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 Da ist... Er ist vorher das geworden. Ich muss mir übrigens T-Päden kaufen. Für Torani, kann man die? Was ist denn jetzt hier? Ich hab' das Gartel bekommen. Boah, der hat das geworden. Hast du uns vielleicht zum D-Worn? Äh, ist noch auf cooldown. Naja, schade. NICHT! 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 Noch NICHT! Ich vergesse ich dir gar gerne mal. Ich glaube, die mittlerweile fighten. Ich kann von hinten jederzeit kommen. Ne, okay. Die trauen sich nicht. Aufpassen, dann läuft sich zurück. Äh, er hat keine E-Mail. Hm. Ich hab' keine Flashe. Ah, mach ich nicht. Let's go. Hit uns, hit uns! Da ist es immer noch weg. Gut, lau weg. Ja, das dachte ich mir schon, dass die Jedi's kommt. Hab' den Weiß gefunden. Ja, eigentlich alles gewordet. Wo ist die Lache? Wahrscheinlich hätte sie da über die Wand und drüber gekürzt. Hab' den Weiß gefunden! Ja, geh weg da, geh weg da. Lass' den Tor fallen. Na, jetzt drüber springen die Tor. Das gibt's ja Flasher, da hat es schon wieder Flasher. Das kommt der wieder weg. Okay. Na, Pustop einfach weiter. Aus dem Tor bekommen gut. Die nehmen es wahrscheinlich sich den... Drake, denke ich, ich sag' einfach mal. Ja, ein bisschen mehr scheiße. Ja, das könnte machen. Aber warte, die Jedi ist nicht so schnell. Na, ne, du hast doch noch Ulster Kastil. Ulster Kastil. Ich schätze mal, Bryce und Zett kommen wir auf. War's dir keiner davor? Ne, Zett hat mixen ab, kein... mit Knall und den... Na, nein. Ja, schade. Aber der Versuch war's wert. Darum ist mit ihm auch scheiße. Die Chang'e hassen mich an. Also mit zu Rom. Geht weg. Der benutzt... Der Zett benutzt sein W soo... ...schlecht teilweise. Schotten meinst du? Ja. Ne, das war's. Fahr mit dir. Siehst du? Ich hab holt, ne? Siehst du? Komplett... Geraced. Das war seine Escape-Skill und er hat einfach gebasst, um mich zu arresten. Keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Wahrscheinlich gar nichts. Ja. Die ist so squishy, die kann ich wahrscheinlich jetzt schon one-shotten. Wir tun was wir müssen. Oh, er ist auch noch da. Auf jeden Fall werde ich jetzt erst mal... Ah, der hat mein Sweeper ist schon wieder auf Brüder. ...schon mit Rewake erst mal... Ähm, Red Buff zuerst, bevor ich das mache. Oh, fuck. Oh, jetzt kommt doch. Leute, hab ich nicht grad irgendwas gesagt? Leute! Kommt ihr weg? Ja, kommt alle weg. Dann ist ihr gut. Kommt mal an dieser Worte. Hast du grad die Scarra Ward gesetzt, oder was? Nee, von hier nach hier. Ich mach das Ding. Master yourself. Master the enemy. So, ich hab auf jeden Fall erst einmal... ...mein Sidestore ausgebaut. Der ist ziemlich wichtig für Lee Sin. Auf jeden Fall ist er ja... Ab Minute 20 schon relativ wichtig. Warte mal, ich habe Sweeper. Wir können doch nicht mal hier ran schnell versuchen zu spürten. Oh, Mann. Hast du ihn nicht kicken? Ich hab keinen Kick ab. Sorry. Ich knallt schon wieder. Perfekt. So, jetzt müssen wir nochmal. Ja, ich hätte noch Smile gehabt. Ja, du hast mich da eh gestorben. Warte mal, was ich jetzt weiter mache. Ja, ich hatte halt jetzt den Kick in zwei Sekunden ab. Nee, das war zack, das hieß bei mir, ne? Ja. 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 Ja, da ist aber Sie schon. Na, schade. Du stirbst noch, ich weiß. Oh, lass den Weiß nehmen. Boah. Egal. Geh da garantiert jetzt nicht rein. Vergiss es. Aber warte. Proxy blue as works. Okay. Den krieg ich auf jeden Fall. Hol in dir. Ja. Ähm. Drag drei Minuten. Ich bin auch noch unbefüßt. Okay, der eigentlich stummt auf den Einfloppt. Ja, okay. Ja, gut job. Ja, den wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Ach. Nee, ich mach jetzt den Minion. Komm, nimm nach Bluath. Und dann geh ich zurück. Okay. Kannst du? Ja. Alter, vw ist schon wieder. Er hat dich nicht getötet? Ja. Boah, knapp. Oh, der, die passive ist einfach so unglaublich strong auf der Welt. Ja. Hab ich. Ja, ich geh auf jeden Fall zurück. Ähm, Astroi ist Mitte. Ja, ich bin tot. Oh, da stand so'n scheiß Schwein im Busch. Oh, was für'n Schwein. Der Zero. Der Zero. Der ist ja auch nicht Schwein. Der Zero im Busch. Nein. Wir sind auf jeden Fall ahead. Das ist gut. Oh, die Topnen Tower ist auch schon wieder halb down. Der nächste? Das ist gut. Der nächste, du reckon, müssen wir bekommen. Die ersten 1.50 Minuten ab, ich werde erstmal warden, wieso haben wir eigentlich nie Wards auf der Map? Ich brauche die ganze Zeit nur den Link in der Ward Ich habe 10 Wards Wieso stelle ich nie meine Pink Ward, das ist die beste Frage Gib mir jetzt meinen Pink Wind Drag auf, äh der ersten Wards vom Mitte Ich kann kommen, aber ich habe schon hier ein bisschen damage gefressen Wo wollt ihr die Pink Ward haben? Hier Ja wahrscheinlich Mach doch eine normale drunter, dass die trotzdem noch böse machen Da ist eine Lass mal gehen Geh mit keinem Ward Was war das denn bitte? Die Skate braucht mir Wer weiß, wer weiß, ist der immer noch drin Schwein von dir Dieser Stunt Alter Der Zett ist weg Ja Der ist eigentlich perfekt der Fall raus, dass ich ihn backen Ja, weg Boah, Leute Ich glaube wir könnten eigentlich 5 mit diesen 2 mit 10,5% Okay, Ult, Ult von C20 drauf Nee, sorry, ich muss weg Ja, ich auch Weil Zett macht damage Und Luschen da oben, ey Können wir gerade in eine so lauge Droppe, dann kann ich die den, äh... Habt ihr doch schon so mega getrunken, ne, Alter Wo ist unser Trundle eigentlich, wenn man einen braucht? Ja, das ist nur Roadset, wenn man sich anspielen kann Ich wäre da nicht reingegangen 10 Sekunden Old Ja, bis 5 Zett ist top lane Zett ist top lane Zett ist top lane, wir können... Ja, wir können... Ja, wir können... Ja, komm, der ist nicht da Der Zett Die haben auch kein Wort Feiner Warte, lass mal, äh... Die sind jetzt durchgehend und jetzt hier schon mal Ist der Bluboff da? Nein Oh, die wissen, dass wir hier sind Irgendwatt, Wölfe Irgendwatt, Wölfe Irgendwatt, Wölfe Irgendwatt, Wölfe Irgendwatt, Wölfe Irgendwatt, Wölfe Irgendwatt Obwohl, ich sollte da bleiben Die haben noch dieses von den Wölfensmice-Ding gehabt Steht doch mitten auf dir Die Nudo ist so squishy Das ist ja abartig Oh, der weiß Die fängt jetzt halt weg Oh, okay Oh, f*** Oh, komm schon Besthand, besonders Oh, pfff Es sind 3 von uns gestorben Nichts Naja Ja, irgendwann haben wir einen Drake bekommen Das ist ja... Ja, war trotzdem Na, viel cooler rausnehmen sollen Toplan Ist die Frage Was kaufe ich mir? Ganz ehrlich Warum haben sie das so gemacht? Ich verstehe es nicht Was? Jetzt Toplan! Und jetzt Ich versuche den Blut zu holen Ja, ich gehe Toplan Ich gehe Toplan Ich gehe Toplan Und nicht Push Ja, trotzdem Ich gehe Toplan Und Push Kannst du gerne legen Leider Farm Bevor der in den Tower geht Ich gehe 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 das ist wirklich das ist ein bisschen wie wir es nun später zu tun das habe ich aber auch mal gemacht als ich mit der Flieger davon war das ist doch der Fall des Getriebs gekriegt hat aber dann reicht es aus dann war es noch 15 Minuten vorbei das weiß ich nicht alleine in den Wald trauen ja ich war doch von Toppen nach Lagergang ja das reicht schon wo ist denn der? No, what's detected ich bin bald in Old Range hier rauf ganz in Fall, ich bin in Old Range Wollt den Bars hoch Wollt den Bars hoch Wollt den Bars hoch also der ist von der Mitte nach oben oh, vielleicht nicht mal vielleicht müssen da hab ich halt, ich bin in Old Range muss noch warten, was sicher hingehen da ist, RICE da ist, wie schon gesagt, RICE hab noch ja und seit wann ist also auch was noch gehen oh oh ja Alter, dieses Scheiß jetzt schon wir hätten gar nichts außer Weiß wenn tueher sollte ich mir ach komm, wir nehmen uns mal einfach das hier mit können wir auch machen wir brauchen hier ein Wort eigentlich ok, komm hier grad schon hin hier grad schon hin up and move loil, sie flasht mit den Birol 3 nice, ich hab drauf gewartet aber weg springt noch aber hat's nicht gemacht, konnte nicht soll ich flasht nur machen? was war das? hä? das Schwein was soll ich denn fahren? find yourself boah, der macht keinen schlechten Damage und läuft durch, genau das ist wahrscheinlich so Lux ohne Blubuff ist scheiße was? ohne Blubuff? Lux ohne ok, ich bin tot wesentliches hab ich noch bekommen nein, die Inweisen ganz ehrlich, es war ein rough trade er hat dafür einfach mal einen Kick ins Gesicht bekommen da kommt da keinem anderen mehr er wird nie weg aber äh, Beutel ins Luft wir können eigentlich mal den Tower nennen nicht dein Ernst, ey ich komm weg ja ich auch so ein bisschen Lux ohne Blubuff haut drauf ähm, ja, Adrian geht mal weg hier solltet weggehen auf jeden Fall die Lux hat keinem anderen mehr oh Gott die Siju Shit 8 1 9 1 9 1 Siju ok 9 2 9 2 ich hab kein Maler ich hab's nicht nur auf dem ich hab's nicht nur auf dem ich mach kurz und mir keinen Schaden also du kommst ja du bist jetzt oh komm schon nicht mal sehen Alter, ich mach's gar nicht dieses Nudo Shit dieses Nudo Shit einfach das ist so unfair ganz Blubuff da ist der Alkita da ich könnte den hat der noch Ulti? äh, ja hat er ok, dann dann kann ich den nicht fighten der Drak ist wieder ab, ne? ich hab grad den schon gemacht ich schau mal nach wir haben jetzt zwei Drak schon also die Gegner 0 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 7 7 9 9 5 5 5 5 7 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 9 10 11 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 Nein, du musst eigentlich hier raus. Du musst an jeder Seite hier worden, sonst hast du hier nicht gewischt. Hier, siehst du, hier hast du gewischt. Ja, aber wenn du hier hinwordest, hast du dann auch noch gewischt. Ja, du brauchst die unbedingt. Alle gestorben aus unserem Team. Jeder Idiot hat immer Flash. Jeder. Sein Noob-Jungler. Nein! Hat der Quacksilver. Sein Noob-Jungler. Oh mein Gott, der hat mich abgebrochen. Ich bin tot. Ja, bye bye. Wow, der hat mir wie vieles Damage gemacht. Oh, der Champion ist super offen. Zeig ich sogar jetzt. Hey, warum bist du nicht nachgejumpt? Ich bin nachgejumpt, ja, ich hab ja geblockt im Q. Achso, mit der Kuh. Ja, er war viel in der Luft. Ja. Ich war schon in der Luft. Der ist tot, oder? Komm, kalte, kalte. Er ist kalt müssen. Na, was soll's. Aber die Damage. Boah, heftig. Er hat nur einen Auto-Attack draufgesetzt. Und da war ich schon fast tot. Das erinnert mich, wo ich J4 so genuket habe. Wisst ihr noch? Aus meinem Gameplay? Hm. Das war schön. Einen Auto-Attack tot. Ich weiß nicht, wie du mit Schabend-Din-Urgut verloren hast. Ja. 4 gegen 5. Du musst dir jetzt mal was einstellen wieder. Du bist es leider geworden. Ach, Mjolo. Hoffen wir. Immer wenn ich top-pushen will, kommt der Scheiß-Self-Gerf. Ja, irgendwer ist immer da. So anstrengend. So unskillt. Teilweise musst du echt vorahmen, wie die Leute lang gehen. Sonst kriegst du nichts gerissen. Oh, der weiß. Doch, der weiß ist ja noch nicht. Ja, ich weiß. Hast du teleport? Nein. Hat er eben Bock gemacht. Jetzt hab ich teleport. Dieser Zed. Das Bild ist so schlecht. Wieso ultet der immer mich? Ach, gut, der macht mich auf die Fahne. Ah, reicht. Der ultet immer noch mich. Big-Hout-Trade. Äh, wir haben Fokus in der Gleif. Shit. Das geht auf Push. Also, der hat keine Ult und, oh fuck, die Bottom ist down. Das kann mit ihm sein. Die Bottom ist halt richtig down. Guck mal da. Kannst du klicken, wenn ich das kicke? Hab keinen klick. Boah. Was macht denn der von Damage? Das ist einfach nichts. Ein Gefiedet. Nein, ich hab halt eine Q von mir, von E-Mail und ich bin in Half-Life. Gott, dieser Damage. Dematiker hab euch alles von mir selbst gut verstanden. Boah. Leute, bitte. Ach, komm. Ach, komm. Lächerlich. Was ist jetzt schon an, die Old Code? Ich bin auf Gott. Boah, wer macht denn da so viel Damage? Ja. Gut, ich hab jetzt mal... Ja, immer noch keine Items. Aber es hätten... Ich hätte mir gleich wollen. Ich komme, ich hab wieder... Ich hab... Komm, nicht backporten lassen. Nicht backporten lassen. Boah. 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 Weißt du, mit jedem Champion kannst du das so safe spielen. Ja, seitdem du dir das geändert hast. Thomas hat das Vorfahren ist geiler. Ich bin mal auf dem Top-Lay und lass mal weg. Mal wissen. Ja, da gehe ich nicht rein gegen die ganzen Minions. Ich brauche auf dem Wapen... äh, Baron. Die war gerade hin. Danke, du. Da ist Ashrale. Ja, ich weiß. Das ist ja 17, okay. Nein, Ashrale. Aber klar. Okay, ist er. Ja, der ist dein. Ich weiß nicht. Und sie hat mir das Kalt wieder auf. Ach, die Baron? Ich weiß nicht, ich meinte eben, wir sollten irgendein Wort haben. Nein, warum nicht? Warum wirklich mal irresistente? Das ist so heftig. Dieser Damage Output von Ryze. Der hat noch nicht mal, glaube ich, ein... Nee, hat er nicht. Einen Leerenstab. Aber die Setsuan, die macht auch ein Damage. Ja, die hat einen Leerenstab. Das AP sehe ich immer, ich sehe nicht ein Minutes. Habt gleich mal zu, dass es Morelos tranket ist. Fuck. Ich verstaub' ein bisschen. Wenn der Sets nicht kommt. Ich glaube schon. Na gut. So, mir ist es. Double kill. Ja, ich habe es schon gedrückt, aber es hat nicht mehr gecastet. Alter, dieser Zett, der ist so... ...weiße gefühlt. Oh Gott, der stackt jetzt auch noch. Könnt ihr mal kommen, wenn er schon so low ist? Oh, jetzt fühlt das nicht so. Needs deck, sorry guys. Tja. Das war nicht schlecht. Wolltest du nur den Assists, ey? Hm? Wolltest du nur den Assists? Nee, ich habe den schon vorher mit dem Q getroffen. Find your Assists. Ja. Ja. Äh, der Zett kommt auch noch. Es gibt ja, ähm... LOL. Der hat einfach schon drüber gewesen. Oh, sorry. Okay, so. Oh, sorry. Geht auf hinten. Du musst jetzt am besten... Hey, Zett, schau mal hinter uns. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott. Ich hab... Ich hab dich. Fuck ist es. Das Schild von Luxon hat auch richtig strong, ja. Das ist so. Hey, Drake. Ja, Drake. Barron? Er hat nicht Barron. Der Carry von denen sind tot. Ja, könnte man eigentlich auch machen, aber... Wenn der noch da ist. Nee. Ich mach ne sofort. Ich... Ich tippe... Ich tippe... Ich tippe mich top, oder? Nee, komm, wir lassen gerade Barron machen. Ich will noch 300 Sekunden. Barron, 30 Sekunden, 20 Sekunden. Ja, machen keinen Schaden. Ja, ich komm. Boah, das ist gerade blöd. Da ist... Okay. Weiß nicht. Sollen wir? Ja, die haben kein Junker. Einer sollte tanken, der nicht so... Äh, hier reinkommen. Ich komm da schon mehr an Eis. Letzterseits viel. Ähm, jetzt komm der Äpfel. Ach, meiner. Du hier raus. 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 Kommt, Jungs. Raus. Raus im Tod. Ja. Egal, Barron. Ja, raus. Einfach raus. 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 Rauh. War, ich schon. War, das Rann oder Neve in einem Spieler mit? Ich stelle mir ein Statement. Das ist die Frage, was ich jetzt müssen, ich kauf. Ich kann mir wirklich noch ein Item kaufen mit Negaton, Claw. Ich hab erst 3 Items, um zu sehen, 2 und 4 Ja, mit Lain wird gepro... ähm Leute, mit Lain, Port Einer muss runter sehen Äh, der Rye ist guckt unten durch Ja, den können wir eh nicht halten, alle Tor müssen wir halten Ja Bleib top trundle, bleib top trundle Top ist alleine, ne? Einer muss top lane halten Ja hallo, kommt immer her, Leute, ich kann das nicht Was macht ihr eigentlich da? Ja, ich weiß auch nicht Ich weiß nicht, warum jetzt alle top gehen oder alle bot gehen Jetzt haben die Balletau verloren Junge, was macht der? Was macht der für einen Schaden? Nein Die Lulu nervt einfach so extrem Oh, schon wieder ehrlich, bitte Ja Die Lulu ist nicht ranket Ja Jetzt wird hier noch... Ja Was kann man noch mehr? Komm, inip, inip Nein, oder? Ach, nipp Ja, 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 nipp Flutter Nipp Ja, nipp 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 Ja, nipp Ja, nipp Alter, unser Luxus ist weg. Warte, warte, warte. Der müsste dann weben, sicherlich. Oder? Kann ich gleich mal hin? Komm, weh? Ja, wir sollen erbarmt, jetzt wollen wir natürlich auch. Hallo und Südchen. Ach stimmt, da war ja was. Tja. Get rekt. Wir sollten uns mitbremsen oder verkosten alle. Hat noch irgendwen den Bug? Ja, ich. Ne, jetzt nicht mehr. Ist ausgelaufen. Ja, ist ausgelaufen. Komm, mitlein an. Ja, ja, darf ich mich noch vielleicht vollhealen? Ja, du heal und dann mitlein. Du heal und dann mitlein. Du heal und dann mitlein. Na, stay yourself. Na, strike, aber ich hab der schon wieder weg, oder? Wahrscheinlich. Entschuldigung. Egal, wenn wir inneparmen können. Das ist gut. Z ist ja der wichtigste überhaupt, glaube ich, aus deren Team, oder? Ne, bis jetzt schon. Hab ich. Nice, 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 nice. Oh, ich komme. Oh, nice. Na, den wollte ich unbedingt haben. Schade. Ja. Ja. Go, go, weiter. Ich hab mein Schild. Okay, das reicht schon vom tanken, ja. Da könnten wir es jetzt, glaube ich, benden. Wir können benden. Doch. Schau mal. Der ist Trimer. Top-Line-Push, Top-Line-Push. Top-Line-Push. Ich bin so tanky, ich bin so tanky. Nein, push weiter, push weiter. Push weiter, push weiter. Push weiter, nicht back. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab da nicht mehr aufgenommen. Ich hab da nicht mehr aufgenommen, oder? Ich hab da nicht mehr aufgenommen. Okay. Okay, das war die Karrie. Ja. Dieser Flash war nicht gut. Ja, ist zurück. Verlieren wir einen Tower? Wir haben schon einen Tower verloren. Ja, einen haben wir verloren. Ja, vielleicht sollte er, der Trine ist back Weiß ich bin tot, äh, der Ding folgt mir Du kommst weg, muss man sagen Ja, so nicht Ja, aber wenn du den Q verflagst du nicht Ja, war auch nicht so klar, wenn du den Q verflagst Ja, die haben den Tower verloren, die haben den Tower verloren Ja, aber trotzdem finde ich, wir hätten den Tower weg sollen Wir hätten einfach beenden können Wenn unser Lucian nicht in den Tower reingeflasht wäre Aufpassen, ich bin auf dem Weg Aufpassen, ich bin auf dem Weg Mein Verfahren hat ein bisschen verliefen Auf Wiedersehen Der kommt, der kommt da nie wieder durch Ja, es geht weg und dann Dieser Tryhard-Set Ja, oh, ich kann mal Rüstung holen Wir tun was wir müssen Au Ja, ein Tower ist in Ordnung, dass wir so viel gepusht haben Hit in den Hip kommt wieder als nächstes auf Ohja Quatsch Kann mich nicht entscheiden Nein, 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 nein Geschütz, Lux, Geschütz Oh krass Es ist auch tot, hab ich bekommen Das Shield, ey, das ist doch nicht Ich hab die Eslo gewonnen, hittet Nein, ihr freut euch da nicht Wenn jetzt noch der Ein Hip nicht da ist Das war gut, ich hab Eslo gewonnen, hittet Nein, die kriegen jetzt ihren Fünften Rake Scheiße Bekommen die nicht? Die ganze Kriege Fight doch, das ist ein 4 gegen 3 jetzt Ja, ich komme Die dürfen nicht entfällt Lass dich mal gar nicht unbedingt vorgehen Da ist Lass mich vorgehen Das ist top lane Lass mich vorgehen Ja, ich kann auch das Ja, das ist in dem Kommt ja gleich Aber wenn die einen Dragon haben Das ist weg Die haben den auch noch gar nicht Wir haben das 4 So ist die können auch bei Tab Ja, ein Hip ist da Wenigstens das Gegen hier ist das aber nicht da Ja, das ist wohl Schmitte Ja, wir müssen ja gleich Das hätte sich kein GA holt Ey, komm mal Das hätte ich mir versucht in den Weg zu holen Dass ich mir GA hole ist ungewöhnlich Lass mich hier rein Baron ist gerade gespawnt So, setze ich eigentlich momentan nur meine Wards Du hast nicht meine Ward-Item gekauft Wir machen, wir machen Nee, da unten ist der Da Hier Komm, komm Ja, ja, geht weg Rüber, rüber, rüber Baron ist gespawnt Ja, nicht weg Ja, hab ihn noch Ja, jetzt weg Nice, auf dir Wir sehen jetzt Baron Okay Den soll ich selbst schlagen wegen der CT? Lass ihn wieder beant Lass ihn wieder beant Lass ihn zur Warte Die ist außer off-position Holt sie euch Los Die ist da weiter Kein Flash mehr Oh, er ist tot Ach, das hätten wir auch so genießen Weil's Komponente, die Komponente Leute nicht Auffassend Ey, ich glaube, wir sollten bei lieber Mütter gehen. Ja. Das ist tot. Scheiße, Leute. Scheiße. Boah, Mann. Ey, dieser, der kommt echt nicht gut von vor allem. Die kommen dir immer hinterher. Wieso seid ihr... Okay. Ja, ne. Wir mussten also. Wir mussten weg. Ja. Das haben wir nicht irgendwie oft genug gesagt. Whatever. Wir haben sie, Joe. Dieses Schild ist einfach so normal. Der ist tot. Eben. Oh, jeder Asi hat Flash. Ja. Zu viel Damage. Weißt du, du machst nix ausser den actualen Schilden und Schilden. Reicht ja. Ja, ne. Da hat jemand vorhin, ja. Geht halt Dragon... Äh, Baron. Das können wir Baron machen. Ja. Pass auf. Wenn du dein GA Procs, ist das nicht gut für uns. Wieso sind das alles so... Wollen wir direkt mit dem Enem in-app nehmen? Ich glaub es können wir... Obwohl es können wir... Unsere Du ist hier gestorben. Erhörten aber jetzt zu. Nee. Hast du ein Ward, ich hab keinen mehr. Alle müssen weg sitzen. Ja. So, da hab ich... Wieso kaufst du dir eigentlich kein Ward, Alter? Mal ehrlich. Ich bin fertig Ich mag das Morana nie Deswegen bist du auch so squishy So, ich bin jetzt voll übel Ich hab nur noch keinen Trank Ich hab nur noch keinen Trank Wie geht Drake? Ich kann versuchen mit Ul zu spielen Naja Extend your senses Ja, die haben ihn Ja, die haben ihn Nee, oh, schade Habe ich was gehabt Pass auf, wir sind massiert, richtig mit Damage Warte mal Wie knapp das gerade war mit Trägen Oh, Toplane Ja, wir müssen back gehen Wir müssen Ja, sie weg Ich mag Trägen, es fliegt zu stark Dann hält das ein Wir müssen jetzt einzeln catchen und gehen Und jeder von hinten, Leute Röpterseite ist da Ja, alles in da Deffen 6,50 AD, da Der macht Toplane, um es einfach Sladiatseite 6,50 6,50 Ja Komm von Blutbürste Ja Leute Ja, komm Seid Äh, ja raus Wir können doch nicht verhalten Pfff 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 gebrauchte hilfe deswegen gesagt wir brauchen nur hilfe das heißt nicht dass wir dich damit meinen unbedingt aber wenn nicht keinen namen sagt du sollst vielleicht auch nicht auf die map schauen und vielleicht auch mal ein bisschen dann hat die entscheidung fällen wenn ein top in zwei pushen und da wer da keiner ist dann solltest du auch wirklich allein hingehen ja denn solch da alleine bist schwandel du hast das locker aus gestorben ja weil du auch offensiv eingegangen ist ich habe ich genau gesehen nachgechased bist ja wir haben ja auch gesagt die ersten zehn minuten haben wir auch richtig viel gechased ja ja ein scherster lustig du wirst schlafen alle disconnecten der aufnahme ich bin ich meinst du naja was soll es war trotzdem das game sie haben noch davon euch außer hatrian gut dann mache ich einen cut und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin wir sehen uns hier Leute